In dieser Trainingseinheit befassen wir uns mit dem Laserentfernungsmesser PLR25. Dieser besitzt einen Messbereich von 5 cm bis zu 25 m bei einer Toleranz von gerade einmal plus minus 2 mm. Als Zielhilfe bei größeren Entfernungen dienen die integrierte Kimme- und Kornfunktion. Folgende Messungen sind möglich. Entfernungsmessung, Flächenmessung, Volumenmessung, die Speicherfunktion mit ihrer Additions- und Subtraktionsmöglichkeit. Durch die Dauermessung ist der PLR25 auch wie ein Maßband einsetzbar. Und es sind wahlweise Messungen ab Geräte Hinterkante oder Vorderkante möglich. Und nun viel Spaß mit Ihrem PLR25.